Okay. 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 Ich bin zum Ramos in dem Spiele. Na, das habe ich befürchtet. Wäre mal gut gehalten. Denkst du dir, ja, den kann ich nehmen. Den kriege ich vielleicht sogar rein. Nope. Dann mache ich halt ganz langsam. Ein Typical Band. Ja. Blob. Und der springt halt voll vorbei. Sehr gut. Der Gegnerflagg hat irgendwie sehr merkwürdig angeflogen. Muss ich mal so sagen. Er wollte so einen Freestyle-Starter machen. Ja, ja. Hat ihn verkackt, by the way. Oh. Ja, das nicht, ist der noch rein. Sorry. Ja, ist halt nur schwierig, wann. Weil der war die ganze Zeit am Ball. Wann bist du denn anfangen? Auf jeden Fall nicht, wenn der Ball in den Vor ist. Ja, ich dachte nicht, dass der Ball noch trifft. Wo der den seitlich getickt hat, dachte ich, der fliegt vorbei. Oh, ja, sehr gut. Ich dachte, ich spiele ihn irgendwann mal zurück. Ja. Du, du, du. Sind alle gesprungen. Ja, der KV will Freestyle. Okay, bei mir war ich dran als erstes, nicht der Gegner, aber gut, das ist der Gegner, aber das kann man angeblich. Hör auf, wenn du dran denkst, geht er nicht rein. Wie gesagt, der KV wird freestylen, deswegen fällt ihn immer schön zur Seite. War das denn? Der war fies. Der war aber eigentlich so geplant sogar, Leute, drei. Waaat? Ich hab das vorlaget. Waaat? Das war aber... Ja, kommt Spielsinn in die Mitte, komm, fies. Ja, da haben sie alle drei ge... Also einer hat nichts gemacht und der andere hat gefehlt. Da war er drin. Raid dran vorbei. Nix, da haben wir wieder zurückspielen. Ich hab kaum Boost, das ist nicht so geil. Tja, hätte unser Random den nicht nochmal getippt, weil er scheiße stand, werde ich den machen können, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das so ewig liegen bleibt. Kann ja auch keiner mit rechnen. Kann ja auch keiner mit rechnen. Kann ja keiner mit rechnen. Kann ja auch keiner mit rechnen. Oh Gott. Ich dachte, der kommt auf mein Dach. Selbst dann. Hab mich verschätzt. Das ist einfach so. Gebt ihr recht. Irgendwie hätte ich da höher gemusst, als einfach nur... Der wollte ich ja schon nicht sagen. Random, da random, da random, da random, wie damn. Machen wir so random Hochzeit oder was? Random Hochzeit wär schon hart. Das war die Melodie von Vogelhoffzeit. Echt? Ja. Ich kenn nur die Witz, ich kenn nur die dämliche Version. Das ist die Melodie von Vogelhoffzeit. Mag sein. Ich kenn das nur. Der Uhuhu, der Uhuhu, der macht das Arsch auf auf und zu. Wow. Wow. Ja, vor allem, deshalb kenn ich das nicht. Ich bin nicht so gebildet. Das hab ich im Kindergarten gesungen. Ja, wir auch. Bloß halt unsere Varianten. Ach so. Genau. Wir stehen beide im Tor hin. Okay. Ja. Ja. Das war schön. War sogar mal zuschauen schön. Ach. Diese Fälle war so schnell runter. Manchmal bleibt er quasi die Luft stehen. In der anderen Seite wird er plötzlich mega schnell runter. Ha. Ich bin der mit der Bisschen durchgequetscht. Ich bin der mit der Bisschen durchgequetscht. Ich bin der mit der Bisschen durchgequetscht. Ben, du hast nen Kostenvoranschlag hinter dir. Ja. Der Kosten... Nein. Hör auf. Spiel. Ey. Das Spiel ver... Windows verarscht mich. Ich hab auf 10.05 Uhr gestellt, dass es neu starten soll zum Updates installieren, weil ich dann eh ausmachen muss. Jetzt versagt es mir. Übrigens, wir wollen neu starten. Wie wärs mit jetzt? Windows! Windows kann nicht warten, Ben. Hahaha. Das war die ursprünglich angestellte Zeit. 9.50 Uhr. Aber ich hab die verstellt. Auf 10.05 Uhr. Da sag ich mir jetzt. Wir würden hier neu starten. Alter. Scheiß Drecksding. Meine Fresse. Windows 10. Kauf dir meine Tüte Geduld. Hahaha. Ich muss gleich eh auch ausmachen. Ich auch. Deswegen... Deswegen 10.05 solltest eh durchstarten. Und ich bin Duo. Das war knapp. Das war schön. Das hab ich nie verdient. Das hab ich nie verdient. Weil ich hätt'n fast auch. Aufgehalten. Dann wusste Michael wie der bei mir vorbeigerollt ist. Da. Hätt'n fast noch aufgehalten. Aber nur fast. Hab' ich nicht verdient. Sag das nicht. Ja ich 10 Punkte. Ah. Dankeschön. Bin im Tor. Nee. Oh der kommt shit. So shit kommt der gar nicht. Boah. Zerstört der Arsch mich. Nein. Er fehlt. Ist auch noch. Der fehlt auch. Plopp. Dann triffst du ihn halt nicht. Ich war schon fast wieder weggefahren. Musste noch umdrehen. Um den Ball zu spielen. Ist doch so. Ach komm der passiert eh nichts mit dem Ball. Und dann. Oh doch. Dann musst du anfangen. Dann musste ich wieder umdrehen. Oh oh. Machst du. Machst du nicht. Loll. Wir kriegen nur so Brummeltore. Was hier los? Ich hab' das Gefühl. Die sind ein bisschen arg laut. Du hast kein Ranking oder? Nö. Ja. Ich hab' lange nicht mehr gezockt. Ich glaub. Ich hab' das Gefühl. Das können Brummen eben sein. Oh shit. Oh Gott. Oh mach' mir so'n Scheiß. Ben. Mein Herz. Nicht ganz wie ich es wollte. Hab' ich halt keinen Boost mehr. Und da richtig ranzug. 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 I failed. Don't look. Delete this. Oh. Okay. Jetzt brauchst du's nicht löschen. Ich fall' mir beide so rum. War überhaupt kein Save. Was ich da irgendwie vertan hab. Oder wenigstens den Big Boost mitgenommen. Oh shit. Oh shizzle. Oh der ne. Der hilft uns. Das ist aber nett. Und der hilft uns auch fast noch. Aber der zweite wär's. Ab. Nein. Oh nein. Der fällt weg. Ich schon. Alles gut. Der fällt weg von der... Der mit. Den hab ich nicht. Alles gut. Oh den komm' ich nicht ran. Oh lol. Du hast noch gerettet. Oh mal so gerade eben noch. Da war ich zu langsam oben. Passiert. Oh. Oh. Der ist mir auf die Motorhaube gefahren. Oh ne. Oh nein. Dankeschön. Oh. Hm. Hat er doch noch mal wischt der Junge. Ups. Fies. Knick in der Optik. Sag's nicht. Es ist nicht an der Konzentration. Ne. Knick in der Optik. Ja. Sind beide gleichzeitig ran gefahren. Sind ja fast schief gegangen. Da hab ich dich anboosten gehört. Hast du schön gemacht. Ich hätte nämlich nicht so voll da hin gekriegt. Mhm. Ja wenn er so anfärst. Keine Chance. Ne. Hättest du höchstens so gegen die Wand schießen. Ja dann hättest du nochmal spielen müssen. Ich mach. Okay. Mach lieber du was. Pfff. 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 Das war ja doofer ein Gedanke. Äh. Vor allem weil ich auch grad sag. Okay du passt. Und dann. Ne. Sehr schön. Ich hab mich race condition. Der race condition sind im real life ganz schön scheiße. Ja. Äh. Deiner. Hoffentlich. Ja. Bin hin. Ja. Der komm ich dran. Jo. Angetäuscht. Fert auch nicht. Er dachte ich treffe ihn. Ich hab ja nicht getroffen. Jetzt muss er sagen. Man denkt der Gichtner wäre kompetent und trifft und ein verfehlter. Äh. Du bist ein ganz schöner Arsch. Ja. War halt unranked. Du bist ein ganz schöner Arsch. Du bist ein ganz schöner Arsch. Oh ja. Ja. Du bist ein ganz schöner Arsch. Ja.